Auf welche Zusätze man beim Barfen nicht verzichten sollte. Kurz vorab, wir haben ein Quiz für euch vorbereitet zum Thema Barf. Willst du dein Wissen testen? Dann schau doch mal bei uns im Profil vorbei und mach jetzt das Quiz. Beim Barfen ist es wichtig, gewisse Zusätze zu integrieren, allen voran das Jod. Bei einem Jodmangel kann es zu einer vergrößerten Schilddrüse kommen. Am besten integrierst du Jod über Seealgenmehl in die Fütterung deines Hundes. Je nach Hersteller und Charge hat das Seealgenmehl einen unterschiedlichen Anteil an Jod. Aus diesem Grunde ist es unerlässlich, bei jeder neuen Packung die Dosierung für deinen Hund genau zu errechnen. Die tägliche Dosis liegt meist im Milligramm-Bereich. Auch eine Überdosierung kann zu Problemen führen. Also bitte vernachlässig diesen Punkt nicht. Vitamin D ist ebenfalls sehr wichtig und sollte ergänzt werden, wenn du deinem Hund keinen Fisch fütterst. Hier kannst du den Bedarf mit Dorschlebertran stillen. Und zuletzt Öle. Auch Öle sind in der Barfenährung unerlässlich. Denn mittels der Öle füllst du deinem Hund Omega-3-Fettsäuren zu. Hier wird meistens Lachsöl genommen. Habe ich noch etwas vergessen? Schreib es doch in die Kommentare.